ARD Text im Auftrag von Funk Hey Teddy! Teddy Fun ist halt so ein lustiger Name. So, nee, er hat dir schon geglaubt. Er hat sie nur danach für dumm erklärt, weil es ja offensichtlich nicht funktionierte. Ja, ja, bei ihm klingt das halt immer so ein bisschen so, eh, weiß nicht. Aber ja, was soll er sagen, wenn ich er sage, dass ich einen Spezialisten gesehen habe oder halt angeschaut habe, der darauf reagiert hat und der alles für logisch erklärt hat. Da kann er ja nichts machen. So, ähm, ah, letztes Mal waren wir bei diesen Streithelsen, haha. Ah, schön. Super. So. Gut, apropos. Apropos. Ich muss ja... Sarah, kannst du das ja noch kurz machen? Ähm, 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 das zu ergänzen. Ähm, ähm, das zu ergänzen. Ich, wer ganz ihr Herzader liebst und so. Ähm, wie ein Game. Dammit. So, Quest. Was machen wir denn bei den Quest? Danke, Sarah. Ähm, für das Volk. Genau, da können wir zurück. Und wir brauchen noch, wir brauchen immer noch ein Siegel. Wo bekommen wir dieses blöde Siegel her? Ähm, weil ich, ich will dann eben nach Athen rein, wenn wir beides schon haben. Gibt's hier was? Müsst ihr eigentlich, ne? Also hier ist ein Psycho. Hier ist ein Psycho. Da ist, äh, ja, eine schöne Sörterin. Ähm. 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 Toilipapa. Papaopo. Oh, da unten ist auch noch eine mit, äh, Stufe 19. Stufe 16. Gut. Ich würde sagen, wir gehen mal da hin. Decken das auf. Warte, wie viele sind denn hier? Krass. Äh. Warte, wir schnell reisen mal hier hin. Wir schn... Wir. So. Genau. Da müssen wir ja nicht so lange gehen. Wuhu. 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 Flo, wo bleibt der Korn? Oh je. Die haben wieder irgendwas gemacht. Sie hat das Blumenbeet verpasst irgendwie. Gut. Ähm. Wo ist der? Der ist irgendwo im Norden. Da ist er. Okay. Äh. Da oben. Los, los. Gut. Dann galoppieren wir mal kurz da hin. Aus dem Weg, aus dem Weg. Also im Fettig. Also im Fettig. Wie ich der Herr wegrenne. Ähm. Spartanisches Siegel. An sich hat er ja gemeint. Guten Tag. Äh. An sich hat er ja gemeint, dass die Siegel bei den ähm... Lagern um Athen rum sind. Und los geht's. Aber da waren nur zwei. Hm. Entschuldigung. Ähm. Tobi ganz kurz. Ab Donnerstag streamst du durch. Oder wie war das? Ähm. Ab Donnerstag stream ich ähm. Ähm. 12 Uhr. Weil ich ja... Ich muss davor eben noch schauen, äh, ob mit Cyberpunk alles funktioniert. Ähm. Ähm. Genau. Ab 12 geht's los. Und wir streamen bis äh... 10 Uhr ungefähr. 20 Uhr. Hi. Guten Morgen. Ähm. Genau. Und da... Ich glaube jeden Tag so fangen wir so äh... Äh. Ja. 12 Uhr an. Bis 10 Uhr nachts. Äh. Abends. Ist glaube ich ein guter Zeitraum. Äh. Wegen Samstag. Ich meinte die Woche. Ja genau. Genau. Ich äh... Genau. Ich stream die ganze Woche durch. Ähm. Genau. Ah. Jetzt klettert er hoch. Du brauchst die Schwerter nicht. Danke. Genau. Aber deshalb kann ich ja... jetzt auch nochmal kurz sagen. Das sage ich nochmal am Schluss. Und zwar. Ähm. Donnerstag bis äh... Donnerstag. Ähm. Gibt's. Äh. Eine Woche lang jeden Tag stream. Hab ich ja gerade schon gesagt. Kletter. Was ist denn los? Ähm. Genau. Jeden Tag stream. Anfang am 12. Hab ich ja... Hab ich schon gesagt. Sorry. Ähm. Und wir spielen Cyberpunk. Da bin ich schon übelst gehypt. Und... Äh. Irgendwie äh... Tut sie so als könnte sie nicht mehr klettern. Okay. Ähm. Genau. Und äh. Währenddessen gibt's auch ein Giveaway. Ähm. Und das sieht so aus. Also quasi wir... werden jeden Tag ein... Adventsküttentürchen... Türchen? Äh. Öffnen. Am Abend. Und... Äh. Da könnt ihr alle mitmachen. Ähm. Und... Zwar gibt's jeden Tag so einen... Amazonen Gutschein. Oder für die die Leak spielen. Ähm. Können wir auch einen Leak Gutschein machen. Ähm. Ähm. Ja. Ich hab die... Die ganze Zeit äh. Die falsche Tasse gedrückt. Ich hab die ganze Zeit Ausweichen gedrückt. Wegen Valhalla. Das macht mich echt kürrer. Dass die nicht die gleichen Tasten benutzen. Ähm. Oder die gleiche Tastatur Benutzung. Ähm. Ähm. Genau. Wo war ich? Ähm. Genau. 5 Euro Gutschein. Und man macht mit indem man ähm Punkte sammelt. Und zwar äh sammelt man Punkte indem man zuschaut. Ähm. Pro äh 10 Minuten gibt's 10 Punkte. Und ein äh Schlüssel oder ein Ticket kostet äh 100. Äh bei mir heißen die Punkte Schokolade ist ja klar. Äh 100 Schokolade. Man darf oder man kann maximal äh 10 Schlüssel kaufen. Und äh genau. Und dann kommt alles in einem Pott. Und äh damit kann man äh gewinnen. Und das wie gesagt jeden jeden Tag am Abend. Und wenn wir es schaffen 50 Follower zu schaffen äh zu knacken am Schluss. Gibt's ein großes äh Geworbe eh noch. Aber ja. Das äh. 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 Also ich hatte als äh Ziel dieses Jahr auf jeden Fall ähm äh die 50 zu schaffen. Wäre natürlich super cool. Weil da äh äh kann ich dann Affiliat werden. Und da kann ich dann anfangen mit äh Emojis anzubieten und so. Und viele 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 coole Sachen. Guten Tag der Herr. Und genau. Mal schauen ob wir es schaffen. Ähm. Du bist der Beste hier. Ich floh. Ähm. So mal schauen. Äh. Genau. Wir haben jetzt hier aufgedeckt. Äh. Groß ist es nicht. Ähm. Unentdeckter Ort. Können wir mal schauen. Da haben wir schon alles ausgeschaltet. Das Schlachtfeld. Wo ist denn hier? Wahrscheinlich hier. Hier noch ne? Ich glaube ich die ganze Zeit falsch. Also hier haben wir ähm. Hier haben wir einen Schlüssel bekommen und hier glaube ich. Also nicht Schlüssel sondern äh Siegel. Wo ist denn der letzte Ort? Das dürft ihr jetzt meinetwegen sehr gerne spoilern. Weil ich weiß nicht wo man den letzten Siegel, das letzte Siegel her bekommt. Ähm. Da muss ich Matti vielleicht anhauen. Ich zieh nämlich entweder diesen oder nächsten Samstag wieder nach München. Äh. Ja. Das hat, das ähm. Hab ich mir fast gedacht. Also wegen, wegen Lockdown jetzt. Macht ja auch wirklich keinen Sinn mehr für dich da zu bleiben. Entschuldigung. Leute umreiten. Leute umreiten. Leute umreiten. Uiuiui. So was ist das? Heiligtum der Athena. Nice. Kommt drauf an. Ähm. Wie meine Abgaben in zwei Wochen verläuft. Weiß ich ab morgen. Okay. Alles klar. Ja. Ja. Also ich kann dich leider schlecht abholen. Okay. Und was gibt's hier? Nichts oder? Was kann ich hier machen? Oh wie cool. Die haben sogar den, ähm, den Zapfen hier reingemacht. Oder hier die Nut für den Zapfen. Oh ist das geil. Das ist ja cool. Ja. So, so wurde es getan. So, keine Ahnung was ich hier tun kann. Irgendwie nichts vielleicht. Und ich hier irgendwie Opfer. Warte. Hier war, ähm, hier war doch gerade was. Achso aufsitzen. Okay dann sitze ich mal auf. Ja, ich bin da mal weg. Vielleicht bis später. Ciao Sarah. So. Gut. Warte mal. Wir reiten jetzt mal. Wo reiten wir hin? Wo reiten wir hin? Ähm. Mal, äh, ne Frage. Also, wegen, wegen den Siegel sammeln. Wo kann ich die Siegel sammeln? Also ich habe hier die zwei gesammelt. Sind die hier? Sicher, galoppier mal hier hin. Weil an sich, ähm, müssten die ja rund um Athen sein. Eventuell. Oder ich töte irgendeinen Spartaner. Und schau mal. Ja, ob das was bringt. Krasses Pferd. Okay, mal schauen. Also ich muss jetzt nach, äh, Osten. Genau, also genau wieder zurück. Ich, äh, markier mal den da. Also einfach der Straße folgen bis hier. Okay. Alles klar. Na los. Na los. Na los. Ah. Warte, ich antworte gleich. Los. Ich muss da ja kurz durchstickigt. Ich muss da ja kurz durchstickigt. Ja. 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 Aber eine Frage. Warum schlafen die, wenn hier die Gefangene ist? Ich meine die, die, die kann doch voll easy weglaufen. Also seist mit, gerne. Seist mit gefesselten Händen. Ich meine. also ich frage nur so aber auch voll süß wie die da schlafen zusammen so mein pferd wo ist mein pferd da ist mein pferd Tobi geht es jetzt weiter mit Spartaner Zähmen ja ich denke schon also ich also es geht so lange weiter mit Spartaner Zähmen bis sie mir so ein Siegel geben ich brauche hier noch eins von von drei genau zwei von drei steht da oben habe ich schon ich mag das wenn die das macht und die die Aussicht ist einfach nun geil da fällt mir gerade auf ich mach mal kurz Snappy Dip weil ich muss die Kamera verschieben und zwar nach da Entschuldigung dass ihr das mit ansehen musstet gut weiter geht's ähm ich meinte für dein Schiff und coole Dudes ach so das meintest du also ähm ja kommt drauf an wenn die cool sind was Nettes sagen dann ja wenn die blöd sind dann werde ich sie lieber töten als sie anzuhören also das sieht so cool aus warte hier war ich doch schon hier war ich doch schon hier gab es doch diesen geilen Bug mit den hier oder war das hier ne das war glaube ich ein ne das ok das war ein anderes ähm ein anderer Steinbruch ach das sind Athener ok ok alles klar will ich das dann wenn das Athener sind oh ne das sind Spartiaten ach so ich dachte wegen den äh blauen Hintergrund ich dachte denn das wären dann Athener wegen blau und so ähm dieses Lager war krass hab so ewig da gebraucht das ist so riesig ok bin ich mal gespannt ohja ist das mega riesig die alle erstmal zu scouten hier ja find ihr schon was? oh man okay wir werden einfach wieder mit Pfeil und Bohr alles äh clearn nein das sind die Toten oder sie ne sie schlafen nur das ist ganz bestimmt und die schläft auch nur da ist alles ganz gut so gut dann fällt es mir nach natürlich leichter die zu töten wenn die die alle töten wenn ich nicht kämpfen will darf ich mich nicht sehen lassen ok ich will nicht kämpfen aber ich will alle töten ok ich geh natürlich wieder von oben nach unten so ne kleine ähm so ne kleine ähm Scharfschützenlehre hab immer den Highground wieso sind die beiden jetzt runter gegangen das wäre gerade sehr sehr gut gewesen die von da unten weg zu snacken ich schaue gerade nicht nach zu dem hm da mach ich's oldschool da mach ich's halt persönlich das war dich glück ähm damme damme ähm wohtini verdammt scheiße Okay, willst du den nicht angreifen? Ich wollte den gerade nicht angreifen. Ah, jetzt wird sie angreifen. Okay, das war gerade ziemlich blöd, weil ich habe gerade die vier gebasht, aber das ging gerade nicht, weil ich den Typen nicht getötet habe. Der war ja kein One-Shot und irgendwie hat das gerade gebackt. Gut, es geht schon wieder gut los. Oh, ein Pferd. Na cool, ich bekomme Hilfe. Das ist natürlich richtig gut. Lass den in Ruhe. Guter Mann. Sehr schön. Danke schön. Super. Gut, das lief alles so wie geplant. Also ich wollte die hier raus locken und habe gehofft, dass... Ich hatte gehofft, dass sie eben mir helfen. Also ich dachte jetzt an die zwei da hinten, aber... Tja... Von dir bleibt nichts übrig. Ich liebe das. Das ist so cool. Das ist doch doof. Das ist so cool. Das ist so cool. Gut, also... Ich fahre gerade... Warte mal... Wir haben einen neuen sehr begeisterten Maid für Sea of Thieves gefunden. Okay... Ich würde mal raten, ja. Aber ich weiß nicht. Hm... Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ah nee, das ist vorsichtig vorgehend. Alles. Was war denn das gerade? Also der ist... Wieso suchen jetzt alle? Ich bin noch gar nicht da. Ähm... Ähm... Taddy... Ich weiß nicht. Also... Weiß ich nicht. Fühlst du dich denn damit angesprochen? Ähm... Ja toll, wieso sind die... Oh Gott. Der Typ... Der Typ... Der Typ war nur zu dumm zum... Ähm... Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Das war einfach nur... Blöd. Er hat euch vorgeführt, ihr Narren. Das passiert mir nicht nochmal. Ja, ich... Ja, würde ich dir auch raten. Geh einfach nicht nochmal ins Feuer. Ist doch dämlich. Oh, ich brenne. Das muss heißen, dass jemand da ist. Ein Feind. Ein Böser. So, also die bekomme ich jetzt leider mit dem Viererangriff nicht als One-Shot. Geh mal da hoch. Ganz, ganz, ganz. Untertitelung des ZDF, 2020